Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schalt auf Like Weiter geht das erstmal Soundcheck Passt Aua Aua Du heiß ich erstmal Verteidigen Aha da ist wieder ein bisschen Heilung Aua 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 Untertitelung. BR 2018 BR 2018 Musst du dich immer heilen? 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 Das war's für heute. Was? Das war's für heute. 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 Oh! 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 Du solltest lieber mal Aurora heilen Du solltest lieber mal Aurora heilen Na, warum ist das immer so lahm? Warum ist die immer so schnell? Mit ihren Angriffen. Das wird doch wieder nichts. Eine Sache darf anscheinend nicht sein, dass Rubella stirbt. Und ich glaube sogar, die Anfangsgruppe ist nicht so toll gerade. Aber die kann ich leider nicht ändern. Moment mal, unten ist ja auch noch was. Ich habe anscheinend richtig viel Leben. Ich bereue es, es auf schwer gemacht zu haben. Ich bereue es. Es ist verdammt schwierig. Und warum habe ich leider kein Wiederbelebelt-Elixier? Das ist ein bisschen blöd, dass ich das keins habe. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part. Und zwar nicht.